Ich bin abgestellt worden nach Afrika, hatte dort in einem Motorrad-Schützenbataillon zu kämpfen und so weiter, wobei ich dazu sagen musste, wir haben vorher abgesprochen, wenn wir Soldat werden, wir schießen nie auf jemanden, der uns als Feind bezeichnet wird. Wir schießen in die Luft, wir erschießen niemanden, außer in Notwehr, das ist etwas ganz anderes. Und ich habe dort illegal weitergearbeitet. Zum Beispiel habe ich in Tripolis im Lazarett angesprochen von einer Antifa-Sani-Gruppe und von einer Antifa-Funker-Gruppe die Frage erhalten, ob ich nicht Zündschnüre besorgen könnte. In Benghazi wären Genossen, die wären also bereit, eine Sprengung durchzuführen. Sprengstoff hätten sie genug, aber keine Zündschnüre. Das wurde dann so organisiert, dass ich mit zwei verlässlichen Leuten die Wache übernahm. Da wurden ja Lazarett-Soldaten abgestellt, also gelesene Soldaten, weil nicht genügend andere vorhanden waren. Und da haben wir halt also Zündschnüre besorgt. Und ein paar Tage später flog halt in Benghazi vom größten Muni-Lager, das die Rommel-Armee in Afrika unterhält, flog ein Viertel in die Luft. Und da tauchte für uns ein schwieriges Problem auf. Da wurden also sechs Araber und ein deutscher Soldat erschossen, die überhaupt nicht daran beteiligt waren. Und jetzt war für uns die Frage, du bist mit daran schuld, dass Unschuldige von der Wehrmacht erschossen wurden. Und da war natürlich abzuwägen, wo ist die Schuld größer, wenn du nichts gegen dieses verbrechere Regime unternimmst, wenn du schweigend alles mitmachst, welche Schuld lädst du dann auf dich für die vielen Toten, die der Krieg kostet? Oder musst du nicht auf dein Gewissen nehmen, dass im Kampf gegen den Faschismus auch Unschuldige ihr Leben verlieren? Das ist im zivilen Leben schon eine schwierige Frage. Unter Kriegsbedingungen war das eben so, dass wir sagten, der Kampf gegen das faschistische Regime geht allen anderen Dingen vor. Eine höchst schwierige ethische Entscheidung. Also die Frage der Dissertation wurde natürlich diskutiert unter allen Leuten, die als Antifaschisten tätig waren. Nur in Afrika gab es keine Front, die man wechseln konnte. In Afrika war Bewegungskrieg. Da konnte man die Front nur wechseln bei einer Einheit, die von den Dommys, von den Engländern eingeschlossen wurde. Da war es möglich zu sagen, also ich möchte übergehen und so weiter. Ich sage mich ab. Dann war man die Gefangenschaft los. Das ging. Als ich dann nach Polen und nach Russland kam, ging das nicht. Denn als Funker war man viel zu weit weg von der Front. Als Funker ist man ja, wenn man nicht Heeresfunker ist, nicht in Frontnähe, sondern man ist relativ weit hinten, wo die Stäbe sitzen, die Generalstäbe sitzen. Und die sitzen ja 50 Kilometer bis 60 Kilometer hinter der Front, wenn es nicht ein Divisionsstab ist. Aber ich war ja meistens bei Armee und bei Armeekors, also bei diesen hohen Stellen. Und die waren weg von der Front. Also da ging das nicht. Aber die Möglichkeit wahrzunehmen, das hätte ich gemacht, viele andere auch, wenn die Möglichkeit gegeben gewesen wäre. Also da ging das nicht so weit weg von der Front. Also da ging das nicht so weit weg von der Front. Also da ging das nicht und sagte, dass Funker sind nicht so weit weg von der Front. Also da geht es mir, falls du wieder Sieg 카드 befestigte. Und das heißt, es war in der Front. Also da ging das nicht so weit weg aus. ذ